Hören Sie jetzt die Sonntagsrunde im Kontrafunk mit Burkhard Müller-Ulrich. Und vorher, in genau zwei Wochen, wird in Sachsen und in Thüringen gewählt. Das betrifft zwar nur gut sechs Millionen Einwohner und nicht eine Drittel Milliarde wie in den USA, aber auch diese Wahl in diesen beiden deutschen Ländern könnte Wendekarakter haben und epochale Bedeutung bekommen. Der Kontrafunk wird übrigens auch diesen Wahlabend nicht den öffentlich-rechtlichen Propaganda- und Gaga-Medien überlassen, sondern von 18 Uhr bis 22 Uhr die laufenden Ereignisse live begleiten. Wir haben uns schon mit einem Dutzend Interviewpartnern, Politikern und Kommentatoren verabredet. Und ich denke, wie immer das Rennen ausgeht, wir vom Kontrafunk nehmen unsere Aufgabe ernst, die journalistische Berichterstattung so seriös und sachlich zu gestalten, wie das vor langer, langer Zeit mal üblich war. Wenn Sie an diesem Abend einen kurzen Werbespot buchen wollen, dann können Sie das ab sofort tun. Schreiben Sie bei Interesse einfach an werbung-at-kontrafunk.radio, dann schicken wir Ihnen alle nötigen Angaben. Diese Sonntagsrunde hat übrigens auch einen Sponsor und das ist Herr Thorsten Merker aus Halle, der den Kontrafunk von Anfang an unterstützt und dem wir dafür herzlich danken. Meine heutigen Gäste sind die Historikerin und Publizistin Gudula Walterskirchen in Österreich, der Gründer und Herausgeber der libertären Zeitschrift Der Sandwirt Oliver Goros und der Verleger und Herausgeber der Zeitschrift Demokratischer Widerstand sowie einer ganz neuen Illustrierten namens Nancy Hendrik Sodenkamp. Herzlich willkommen an die Runde und jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Sodenkamp. Wie ist es Ihnen gelungen, die deutsche Innenministerin für die größte Zeitschriften-Werbeaktion in der Geschichte der Bundesrepublik einzuspannen? Ja, also Nancy Fazer hatte dieses unsägliche Kompaktverbot ausgesprochen. Ich wache morgens auf, gucke in die Glotze, also das Handy und sehe, dass da die maskierten Leute einfach in die Redaktionsräume des Kollegen Jürgen Elsässer eingedrungen sind und alles mitgenommen haben bis hin zu den Bürostühlen und das einfach unter einer wahnwitzigen Argumentationsweise, nämlich, dass dieses Magazin eigentlich eine GmbH und diese GmbH ein Verein ist, der dann verboten werden kann. Wir hatten dann Kontakt aufgenommen mit Jürgen Elsässer, einfach um unsere Solidarität auszusprechen. Es sind politische Unterschiede da zwischen uns und ihm, aber so kann man einfach nicht mit einem Journalisten umgehen. Und dann bekamen wir per Mail das Manuskript, das PDF, die Datei der letzten Augustausgabe des Kompaktmagazins zugeschickt und dann dachten wir, das ist ja ein starkes Stück, diese Texte werden wir jetzt veröffentlichen. Schon allein aus dem Grund, um einmal vorzuführen, wie absurd dieses Vereinsverbot ist, weil sämtliche Texte waren vollkommen legal zu veröffentlichen. Das Einzige, was nicht legal war, war die Resorttitel dieses Magazins, also das Kompakt-Dossier. Das musste gelöscht werden oder Kompakt-Politik, das durfte nicht auftauchen. Es ging sogar so weit, dass das Kompakt-Impressum verboten war. Ja, das haben wir dann natürlich aus dem Dokument rausgenommen, haben dem Magazin einen neuen Namen gegeben, der meines Erachtens auch recht passend war und haben dann dieses Magazin erstmal als E-Paper veröffentlicht und jetzt auch als Print. Das Magazin, das hat wirklich auf sehr große Resonanz geführt, auch weil sich sehr viele Menschen eben dafür interessiert haben, was steht denn da drin in einem Magazin, das verboten werden muss. Also ein Verkaufserfolg ist absehbar, das ist völlig klar. Sie haben da sehr schnell gehandelt. Wie haben Sie denn überhaupt die Datei gekriegt? Denn die sind doch da reinmarschiert und haben alle Computer abmontiert. Also irgendwo lag die noch, auf irgendeinem Server ist man noch dran gekommen. Ja, irgendjemand hatte noch eine Datei, also eine der letzten Korrekturfahren und die bekamen wir eben. Und dann sind Sie hervorgetreten, Sie sagen, Sie waren nicht jetzt in direktem Dauerkontakt mit Jürgen Elsässer. Sie haben auch gesagt, es gibt politische Unterschiede. Welche übrigens? Also erstmal muss ich herausheben, was die Gemeinsamkeiten sind. Das ist einmal eine ziemlich starke Kritik an der Corona-Politik und eine ziemlich starke Kritik an dem Ukraine-Krieg und der Politik der Bundesregierung, die die so befeuern. Und das sind meines Erachtens auch die Gründe, warum es zu diesem Verbot gekommen ist und nicht wegen vermeintlichen oder tatsächlichen Rechtsgeschichten bei Herrn Elsässer. Da hat er einfach sehr starke Arbeit gemacht und eine große Reichweite erreicht, sodass es zu einem Verbot gekommen ist. Diese sehr starke Fokus auf Ausländer und die Probleme, die die verursachten, den Fokus haben wir nicht. Wir interessieren uns mehr, wie unsere Mächtigen hier konsequent die Verfassung brechen seit über vier Jahren und natürlich auch darüber hinaus. Okay, und das Wort Kompakt musste raus, also auch im Zusammenhang mit Kompakt-Dossier und Impressum sowieso, weil Kompakt verboten ist und auch die Nennung von Kompakt ab dieser Sekunde dann verboten war. Also wie das Hakenkreuz, sie hätten auch ein Hakenkreuz da hinmachen können. Genau, also Kompakt-Impressum, also die Ressort-Beschriftung war gleichbedeutend mit einem Hakenkreuz. Das ist die Rechtskonstruktion, die die gewählt haben und das ist einfach vollkommen absurd. So, jetzt hat ja das Bundesverwaltungsgericht die Sache dann doch im Eilverfahren aufgehoben. Wir haben ja eine Menge gelernt. Also wir haben ja Eilverfahren, jetzt wissen wir, Vereinsgesetz geht nicht in diesem Fall, obwohl manche sagen, ja, vielleicht ist das doch für künftig nochmal ein Weg, den die Bundesregierung da gehen könnte. Darüber werden wir gleich sprechen. Und dann darf ich erinnern, nachdem das Verbot aufgehoben wurde, hat die Bundesinnenministerin Faeser gesagt, ja, das ist ja ganz normal. Also wir haben es hier mit angewandter Normalität zu tun, vom Bademantel. Ich erinnere dieses ikonische Bild, Jürgen Elsässer, Sie haben es gerade geschildert, wie die Polizei da reinmarschiert, empfängt die Leute im Bademantel. Aber ihre Solidarität, und ich will gleich mal die Runde ein bisschen erweitern, die war mutig, weil nicht jeder hat diese Solidarität, also nicht mal in unserem Beruf stand, nicht mal unter Journalisten, hat diese Solidarität gezeigt. Wir wissen, dass einige Medien gesagt haben, es geschieht im Recht, und der Deutsche Journalistenverband, man höre und staune, in der Gestalt seines, weiß nicht, Oberhäuptlings, fand also, das sei eigentlich ein okayes Vorgehen. Oliver Goros, wie weit sind wir jetzt? Aje, wir sind auf jeden Fall schon arg weit. So weit, dass ich in dieser ganzen Geschichte keinen einzigen Gewinner erkennen kann, zumindest keinen Gewinn von Bedeutung. Ich sehe natürlich eine ganz herbe Niederlage für die Frau Faeser. Das ist schon mal das einzige Positive daran, die es ja nicht mal geschafft hat, einen relativen Außenseiter, wie den Herrn Elsässer, hier abzuräumen. Sie hat sich einmal mehr als Feind der Verfassung geoutet. Sie kann es drehen und wenden, wie sie will. Es war eine herbe Niederlage, aus kommunikativer Sicht. Und es war natürlich auch kein Sieg für die Grundrechte. Diese Rücknahme oder diese einstweilige Anordnung ist natürlich kein Sieg, weil es ja auch gezeigt hat, wie leicht die Grundrechte zu umgehen sind, wie leicht die Politiker Wege suchen können, um die Grundrechte irgendwie auszuhebeln, auszutricksen, wie man das ja auch schon bei den Corona-Maßnahmen gesehen hat. Also diese Fragilität des Konstrukts des Grundgesetzes und der bürgerlichen Freiheitsrechte ist hier noch mal deutlich geworden. Und ich habe so das Gefühl, zwischen uns und dem Abgrund stehen einfach nur noch ein paar Richter. Und das fühlt sich an wie eine sehr gefährliche Situation. Frau Walterskirchen, einerseits denke ich mir, für Sie in Österreich ist das ein unterhaltsames Schauspiel, was sich da in Deutschland vollzieht. Und zwar denke ich mir das deswegen, weil man wahrscheinlich nicht fürchten muss, nach diesem berühmten Diktum, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, wenn du morgens aufwachst und vor die Tür gehst und es ist nur der Milchmann, der klingelt und nicht die Polizei, dann lebst du in einer Demokratie. Vielleicht ist das bei Ihnen noch so, vielleicht aber auch nicht, weil ich erinnere mich, dass Martin Sellner, zum Beispiel angeklagt wurde, die Konten beschlagnahmt wurden, riesige Schwierigkeiten bekam, prozessualer Art. Und zum Schluss ging es aus, wie jetzt hier in Deutschland vor dem Bundesverwaltungsgericht, dann haben die Richter irgendwann mal gesagt, nee, das ist erlaubt, was da gemacht wird. Also ich denke mal, es sind auch eine zusätzliche Niederlage, die man noch anfügen müsste, generell auch für diejenigen, die die angeblichen westlichen Werte so hoch halten. Das ist ja ein aufgelegtes Eigentor oder Elfmeter für alle, die sagen, naja, ihr redet von den westlichen Werten und von Demokratie, aber was macht ihr? Ja, also sie echauffieren sich alle miteinander über Orban und über Putin und wie sie alle schrecklich mit den oppositionellen Medien umgehen und was machen sie selber, nicht? Also was auch die Außenwirkung betrifft, ist das verheerend. Und es ist leider so, wie sie richtig sagen, wir reiben uns hier nicht die Hände und sagen, wir leben auf der Insel der Seligen, sondern wie sie richtig sagen, gibt es bei uns ja auch schon Präzedenzfälle. Bei uns würde übrigens das Gericht nicht so schnell agieren, weil es gibt bei uns keine Schnellverfahren. Das würde lange dauern, bis dahin sind die ruiniert. Und was noch dazu kommt, ist, dass ja bei uns auch, das ist schon ein bisschen Vergessenheit geraten, nicht nur der Fall Sellner, sondern auch der Fall ServusTV, da läuft das ja immer noch, wo sogar der Journalistenverband selber, also der Club der österreichischen Journalisten, gefordert hat, dass man den Sender verbieten muss und dass die nicht mehr senden dürfen. Wow. Und das ist immer noch anhängig, weil das haben sie zwar in erster Instanz gewonnen, der Sender, aber das Verfahren, die ComAustria, die diese Sendelizenzen vergibt, das läuft immer noch, das ist berufen worden. Und das geht ja noch einen Schritt weiter. Also nicht die Politik an sich will sich unbequeme Stimmen entledigen. Das ist schon schlimm genug. Aber wenn dann Journalistenverbände selber noch aktiv werden, also das ist schon sehr heftig. Und da gibt es eben nicht nur keine Solidarität, sondern ganz im Gegenteil gehen die aggressiv gegen eigene Kollegen vor. Und das bei Ihnen natürlich auch vor dem Hintergrund einer Wahlkampfstimmung. Denn bei Ihnen geht es jetzt nicht nur um einzelne Länder, sondern der Nationalrat wird neu gewählt. Also da tut sich was. Wir sind ja jetzt hier in einer Riege von Medienleuten. Deswegen ist das Thema Medien auch für uns besonders wichtig. Und ich weiß, dass jeder von Ihnen da was Neues plant. Ich fange mal noch mit Ihnen an, Herr Sodenkamp. Wie geht es denn jetzt weiter? Kompakt ist jetzt erlaubt wieder. Das steht jetzt auf eigenen Füßen. Ich nehme an, Elsässer macht sein Ding. Sie sind dann erst mal raus, oder? Ja, wir haben jetzt diese eine Nancy gemacht. Und vielleicht führen wir das weiter, begleiten noch das Verfahren zur Pressefreiheit. Aber ansonsten werden wir mit unserer Zeitung weitermachen. Das war eigentlich für uns die wichtigere Nachricht für den Verlag. Wir machen eine Wochenzeitung, die seit vier Jahren erscheint. Und die ist in diesen Tagen, also als die Nancy erscheint, auch zum ersten Mal an Kiosken dann erhältlich geworden. In Sachsen und Thüringen. Und da würden wir jetzt eben mal weitermachen. Also der Titel ist ja Gold wert, Nancy. Allerdings, irgendwann gibt es keine Nancy mehr. Und dann weiß ich nicht, ob man sich noch so gerne und so lange daran erinnert. Via Zeitschriftentitel. Aber das müssen Sie ja dann ausmachen. Jetzt weiß ich von Ihnen, Frau Walterskirchen, Sie planen auch ein Medienprojekt, ein neues. Kann man da schon was drüber hören? Wird das auch gedruckt erscheinen oder ist das rein online? Ja, also wir arbeiten seit knapp einem Jahr daran. Wir haben lange überlegt. Es ist ja so, dass die Medienwelt ja nicht besonders einfach ist derzeit. Aber es gibt ja eigentlich einen riesigen Markt. Das haben ja die Kollegen, die hier mit in der Runde sind, ja auch erfahren. Nämlich der riesige Markt derer, die von den bisherigen Medien schwer enttäuscht sind. Die ihnen nichts mehr glauben. Was man auch wirklich gut nachvollziehen kann. Also sie liegen wirklich bei allen Themen immer daneben und diese Propaganda nicht mehr aushalten. Und dann gesagt, das ist eigentlich in Österreich ein Feld, das müsste man noch mehr beackern. Und haben uns jetzt eben entschlossen und das Projekt ist schon in der Pipeline, in der Endphase. Wir erscheinen in zwei Wochen mit unserer ersten Nummer. Es wird ein Online-Magazin, der Name, der haben wir auch lange überlegt. Sie wissen ja alle, wie schwierig das ist. Und haben uns dann entschieden für den Namen Libratus-Magazin. Das heißt so viel wie ausgewogen, abgewogen. Und wir wollen einfach nichts anderes machen, als diesen guten alten Qualitätsjournalismus. Menschen Informationen liefern, umfassend zu einem Thema, damit sie sich dann selber ein Bild machen können. Also so simpel es ist. Und darüber hinaus nicht nur für den deutschen Sprachraum, sondern wir haben so, Sie wissen ja Österreich, nichts hat so eine spezielle Rolle in der Geschichte. Und ich bin Historikerin, vielleicht hat das ein bisschen mitgespielt, wollen für den ganzen mitteleuropäischen Kulturraum da sein. Also wir beziehen auch ein von den Autoren her und auch von dem Lisse-Publikum unsere Nachbarländer. Also Italien, Ungarn, Slowenien, Slowakei, Tschechien. Weil wir wissen alle miteinander wahnsinnig viel über die USA, was Kamala Harris wieder von sich gibt. Aber was wirklich im Nachbarland geschieht, das wissen wir eigentlich nur aus den einschlägigen, gleichgeschalteten Agenturmeldungen. Aber das ist irgendwie in den letzten Jahren auch untergegangen. Und diesen Kontakt und diesen unmittelbaren Austausch an Informationen und Kontakten wollen wir wiederbeleben. Also dann wünsche ich auch Ihnen viel Erfolg für Libratus. Es hat keinen Zweck, liebe Hörer, jetzt schon zu googeln. Sie hat ja gesagt, in zwei Wochen geht es los. 30. August. Ja, nur wenn man jetzt das Wasser nicht halten kann. Und mir ging es ja so. Ich habe dann sofort gesucht und komme auf eine polnische Poker-Online-Seite mit demselben Namen. Das sieht man nicht. Also Geduld, das Libratus-Magazin kommt in zwei Wochen. Oliver Goros, der Sandwirt ist schon länger existent. Man kann den nur empfehlen. Es ist ein libertäres Magazin, habe ich gesagt. Also es sind viele Autoren, die wir ja auch kennen, die auch im Kontrafunk und in anderen ähnlich gelagerten Medien auftreten. Aber wir reden jetzt noch über etwas ganz anderes. Denn der Sandwirt gebiert ein, wie soll ich sagen, ein Kind oder jedenfalls eine Veranstaltung. Und zwar, ihr zielt da recht hoch in der Stuttgarter Liederhalle. Am 7. September gibt es da einen Bürgergipfel. Und jetzt bitte mal kurz erklären, warum, wieso, wie viel und bis wann. Der Bürgergipfel wird ein eintägiger Kongress, wo keine Politiker und keine Parteien auftreten oder ausstellen. Sondern es sind Leute wie Watzlaff Klaus, Ulrich Vosgarau, Fritz Fahrenholt, Klaus-Rüdiger May, Frauke Petry, Norbert Bolz, Horst Lüning, Markus Krall, Cora Stephan, Roland Tichy, Alexander Wendt, Marc Guilla, Björn Peters, Miguel Fees, Manuel Barcao, Benjamin Mutlack. Also Titus Gebel hat gesagt, das sei ja die außerparlamentarische Opposition, sei das ja fast. Also wir haben viele interessante Köpfe als Redner. Über 20 Partner, die da mitmachen, darunter auch der Kontrafunk, lieber Burkhard. Der ganze Kongress steht unter dem Motto, weniger Politik, weniger Ideologie, weniger Kollektivismus, mehr Vernunft, mehr Verantwortung und mehr Freiheit. Also das ist das, was wir eigentlich wollen. Alle Redner und wir alle hier auch im Team des Sandwirts und alle unsere Freunde und Bekannte im Netzwerk wollen eigentlich eine politische, wirtschaftliche und geistige Wende. Was uns fehlt, ist der direkte Weg dorthin. Und das wollen wir auf diesem Kongress diskutieren. Also wir wollen nach vorne schauen. Wir wollen nicht einfach nur lamentieren und kritisieren und den Status quo beweinen, sondern wir wollen nach vorne schauen und die Möglichkeiten ausloten, wie wir was ändern können, wie wir ganz konkret unternehmerisch an die Sache rangehen können. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum das Establishment diese Veranstaltung wirklich hasst. Also wir bekommen ganz schön Gegenwind. Wir merken, dass Partner unter Druck gesetzt werden. Wir bekommen böse E-Mails und so weiter. Also Freiheit scheint etwas zu sein, was sehr kontrovers ist in Deutschland. Ein weiterer Zweck dieser Veranstaltung wird auch sein, dass wir danach ein Stück in die Öffentlichkeit gehen. Wir werden danach eine Art Manifest veröffentlichen, nämlich die zwölf Stuttgarter Artikel. Die werden wir nach dem Bürgergipfel an die Öffentlichkeit geben. Und das Besondere ist, dass die Teilnehmer des Bürgergipfels mitwirken können. Okay. So, jetzt hat jeder seinen Werbespot gemacht. Ich wundere mich, dass ihr die Liederhalle Stuttgart bekommen habt. Das ist ja recht schwierig, überhaupt Veranstaltungsorte zu finden für so etwas, wenn du schon sagst, es gibt Druck, es gibt böse Briefe und so weiter. Aber bis jetzt steht das noch alles. Das steht noch alles. Und wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Team von der Liederhalle. Das sind sehr vernünftige Leute, mit denen wir da zu tun haben. Das war von Anfang an klar, wie die Veranstaltung ausgerichtet ist. Wir haben da mit offenen Karten gespielt, haben mit denen früh Termine gemacht, haben denen das alles erklärt. Und das macht einen sehr, sehr guten Eindruck, wie die Sache dort gemanagt ist. Die Liederhalle ist eine wunderbare Halle, muss ich sagen. Also ich war dort überrascht. Es ist eine technisch allererste Güte, was die dort zu bieten haben. Es ist ein tolles Kongresshaus. Ich finde das Beste, das ich gesehen habe in Süddeutschland. Und im Moment zeigt sich so, dass die Leute dort kooperativ, verständig, klug, pragmatisch sind. Also ich gehe davon aus, dass das klappen wird. Toll. Also, liebe Stuttgarter, bleibt stabil. Und liebe Liederhallenverwalter vor allem. Wenn man böse E-Mails kriegt, da habe ich gerade eben gedacht, also von Thierry Breton habt ihr aber noch keine bösen E-Mails bekommen. Und das ist jetzt das erste Thema, zu dem ich nämlich kommen möchte. Es gibt ja zwei Methoden mittlerweile, die Meinung zu deckeln. Das eine ist, Frau Faeser lässt einem die Tür eintreten morgens um sechs. Und das andere ist, Thierry Breton schreibt einen Brief. Für diejenigen, die nicht auswendig wissen, wer das ist. Das ist ein EU-Kommissar, der sich mit Elon Musk angelegt hat, in Form eines wirklich frechen Schreibens, wo er gesagt hat, also wenn Sie, ich übersetze jetzt mal, wenn Sie nicht parieren, wenn Sie nicht so, wie wir das uns gedacht haben, mit diesem Digital Services Act unliebsame Meinungen löschen, dann werden wir Ihnen ja nicht nur das Leben schwer machen, sondern Ihren Service, also X, das frühere Twitter, abschalten. Hendrik Soenkamp, Sie sind noch nicht auf X, wie ich gehört habe, aber diese Abschalterei, die kennen Sie schon, ne? Ja, die Abschalterei kennen wir. Also das haben wir ja schon erlebt unter Corona, wo da die Behörden der USA sehr eng zusammengearbeitet haben mit eben X, um unliebsame Nachrichten runterzulöschen. Mit Twitter damals, da hieß es noch nicht. Stimmt, das war damals mit Twitter und das war damals auch noch vor Elon Musk, als da eine andere Führung und eine andere Politik da war und auch pariert wurde auf diesem Server. Da haben wir das sehr stark erlebt, dass das auch durchgesetzt wird. Und jetzt scheint es ja der Fall zu sein, dass auf Twitter ähnlich wie auf diesem Kurznachrichtendienst Telegram da jemand ist, der einfach diese Regeln dann nicht befolgen möchte. Und das ist einfach überaus frech, dass hier ein EU-Beamter eigentlich ja sagt, da ging es ja um ein Interview mit Donald Trump. Also wenn der Präsidentschaftskandidat und Sie, Herr Musk, hier irgendetwas sagen, was wir nicht mögen, dann schalten wir einfach Ihre komplette Firma ab. Das sind ja Drohungen, die einfach mit freier Rede wirklich überhaupt nichts zu tun haben. Jetzt hat die EU-Kommission offensichtlich so ein bisschen den Kopf eingezogen, weil es gab Stimmen, die gesagt haben, naja, also das hat der Thierry Breton gemacht und es war irgendwie nicht so abgestimmt. Und jedenfalls die EU-Kommission bleibt auf X und scheint auch da weiter für ihre Anzeigen zu bezahlen. Also kann man schon Entwarnung geben, Oliver? Nein, die jüngste Entwicklung, da ich ja hier der X-Intensivtäter bin und gerade eben vorhin nochmal reingeschaut habe, weiß ich, dass mittlerweile der US-Kongress scharf zurückgeschossen hat. Also wirklich mit scharfen Worten in einem Brief an die EU die Einmischung in die amerikanischen Angelegenheiten und insbesondere in die amerikanischen Wahlen wirklich mit extrem scharfen Worten zurückgewiesen hat. Also dieser Drohbrief ist ein absoluter Boomerang für die EU. Nicht mal der Kongress ist auf ihrer Seite und das ist ein absoluter Verlierer-Move gewesen. Ich glaube, es war auch ein Alleingang von Thierry Breton, der nicht abgestimmt war. Und ich habe auch vernommen, dass die Frau von der Leyen ihn ein Stück weit zurückgepfiffen hat und dass die da ein bisschen zurückgerudert sind. Aber es ist schon zu spät. Frau Walterskirchen. Ja, ich glaube nicht, dass das nicht abgestimmt war, sondern das ist jetzt etwas mehr. Wir schauen, wie weit wir gehen können. Wir testen mal aus. Und wenn dann zu viel Gegenwind kommt, wir kennen ja alle dieses Zitat, dann ziehen wir uns wieder zurück. Aber was mich sehr erschüttert hat, ist, das ist gut, dass der amerikanische Kongress darauf hinweist, dass es Meinungsfreiheit im Westen gibt. Aber ich habe jetzt von den europäischen Regierungschefs keinen Aufschrei gehört. Genau. Also vielleicht war ich gerade irgendwie nicht geistig anwesend, aber das hätte ich mir schon erwartet, dass die auch ihren Kommissar, weil der Kommissar ist eigentlich eine Art Angestellter der europäischen Regierungen, der ist ja nicht irgendwie drüberstehend, dass die sagen und in so eine Ordnung rufen öffentlich und sagen, du, das geht zu weit. Ja, was redest du da? Das kannst du nicht machen. Egal, ob das jetzt ein amerikanischer Dienst ist oder ein europäischer. Aber das ist ja himmelschreiend. Hendrik Sodenkamp. Ja, also eine Zensur findet nicht statt. So steht das im Grundgesetz. Und hier ist ja ein EU-Kommissar, der ins Ausland sagt, hier findet eine Zensur statt. Also das ist einfach nur tatsächlich peinlich für die Europäische Union und zeigt leider einfach, west geistes Kind diese Institutionen und dieses Personal da sind. Also Gudula Walters-Kirchen sagt, die probieren mal aus, wie weit es geht. Und so ähnlich kann man ja auch das Verhalten der deutschen Innenministerin Faeser deuten. Also sie behauptet, es sei zwar normal, wenn man jetzt ab und zu mal einen Prozess verliert und dann da zurückgepfiffen wird. Scheint nicht so schlimm zu sein. Scheint ihr kein Zacken aus der Krone zu fallen. Nebenbei macht sie ja was anderes. Jetzt gab es einen Gesetzentwurf, es soll erlaubt werden, dass also die Wohnungen durch das Bundeskriminalamt heimlich durchsucht werden und zwar auch ohne, dass Gefahr im Verzug ist. Also Gefahr im Verzug heißt ja immer, gleich geht irgendeine Bombe hoch, wir müssen da rein. Wenn wir nicht reingehen, dann ist eben die Gefahr. Was haben wir jetzt da zu gewertigen, Oliver? Ja, die Frau ist ja außer Rand und Band. Es geht hier um die Bespitzelung des Volkes, also nach dem ganzen Messergesetz jetzt Unsinn, jetzt das als nächstes. Man hat so den Eindruck, dass ihre Hauptaufgabe darin besteht, feindlich dem Grundgesetz gegenüber sich zu positionieren und die bürgerlichen Freiheitsrechte anzugreifen, wo sie nur kann. Und das ist ein weiterer Angriff. Also wenn man jetzt auf dieses unsägliche Messergesetz schaut, was sie da im Sinn hat, ich glaube, dass wir tatsächlich eine Änderung des Waffenrechts brauchen, aber genau in die gegengesetzte Richtung, nämlich eine Lockerung des Waffenrechts, damit wir Bürger uns gegen diejenigen schützen können, die die Messer tragen, anstatt jetzt hier den rechtschaffenen Bürgern das Tragen von Messern zu verbieten. Es ist also ein Wahnsinn, in welche Richtung die Frau Faeser hier immer abzielt, nämlich immer mit allem, was sie tut, seit Wochen und seit Monaten, immer gegen die Grund- und bürgerlichen Freiheitsrechte. Also das ist das Sechs-Zentimeter-Gesetz, dass keine Klinge länger als sechs Zentimeter sein darf und gehört in die Gruppe von diesen idiotischen Bestimmungen, dass man also an Samstagen zwischen 18 und 23 Uhr an gewissen Orten ein Messerverbot ausspricht und lauter so ein Zeug. Ja, das gibt es bitte in Österreich auch, ja, nur in einer anderen Richtung, wie eben gesagt wurde. Da gibt es ja an bestimmten Plätzen in Wien ein Messertrageverbot. Da gab es ja jetzt in den letzten Wochen, Monaten in Wien, wahre Bandenkriege, das kannten wir bis jetzt ja noch nicht, zwischen verfeindeten Jugendlichen aus Syrien und Afghanistan und so weiter. Und da hat man dann gesagt, man macht ein Messerverbot. Und dann gab es gleich die Debatte, na ja, aber was ist, wenn ich jetzt das quasi Jausenmesser eingesteckt habe? Dann gab es die absurde Regelung, na ja, Messer zum Verzehr von Speisen sind ausgenommen. Also das ging dann immer so weit und bringt natürlich gar nichts. Also auch in die andere Richtung bringt es nichts, denn das sind ja alles Symptombekämpfungen. Und im Sinne, wie es in Deutschland ist in Richtung, also alles gegen die AfD, das wird schon hier mit großem Kopfschütteln gesehen. Das versteht irgendwie außerhalb von, und in Deutschland ja auch nicht, aber außerhalb von Deutschland keiner. Und diese Durchsuchungsideen sind, glaube ich, nicht nur ein Einzelfänomen, Frau Faeser, sondern die österreichische Regierung hat jetzt auch vor kurzem im Sommerloch, während das Parlament noch in Ferien ist, beschlossen, sie wollen den Messerdienst WhatsApp ohne Anlass screenen können. Das heißt, dass er die Geheimhaltung umgehen und Massenüberwachung machen, dieses Messenger-Dienstes. Anlass wieder mal nicht, also es gibt ja furchtbare Ausländerausschreitungen und da müssen wir jetzt vorgehen. Also es ist jeder Vorwand recht, um diese bürgerlichen Freiheiten, Briefgeheimnisse oder was auch immer in Privatsphären aufzubrechen. Und der Anlass und der Vorwand ist austauschbar. Also mein Eindruck ist, die Regierungen haben zunehmend Angst vor ihren Bürgern. Das kommt irgendwie so ein bisschen durch. Und die wollen es jetzt mit aller Gewalt niederhalten, dass die ja nicht irgendwie auf welche Ideen kommen. Also es ist ganz eigenartig. Also der Grund, warum die Amerikaner bewaffnet sind, ist ja nicht, dass der Staat den Bürgern so sehr vertraut, sondern dass die Bürger dem Staat so sehr misstrauen. Deswegen bleiben die in Amerika also noch immer dabei, dass sie also bewaffnet sein wollen. Klang fast ein bisschen wie die Argumentation von Oliver Goros bei diesen Messerverboten, dieser ganzen Kasuistik, hier Klingenlänge und da an diesem Ort oder zeitliche Begrenzung und so weiter. Gut, diese ganze Messergeschichte kam ja unter anderem auch aus dem Hirn eines Bundesvorsitzenden der Polizeigewerkschaft in Deutschland. Jochen Koppelke heißt der Mann und der hat nicht nur diese tolle Idee gehabt, dass man ja den Leuten, die freiwillig ihre Messer abgeben, dann ein Netflix-Abo schenken könnte, sondern neulich ist er hervorgetreten mit einer Warnung vor einer Regierungsbeteiligung der AfD und er sagt, wenn das dazu käme in Sachsen und in Thüringen, dann können geheime Informationen in die falschen Hände geraten. Was wird denn da vorbereitet? Habt ihr eine Vermutung? Ich weiß nicht, ob da was vorbereitet wird. Mir scheint eher zu sein, dass der Herr Koppelke nicht ganz auf der Höhe ist. Wenn man das mal aus kommunikativer Sicht betrachtet, was er da eigentlich gemacht hat. Er hat mit seinem Netflix-Vorschlag zunächst mal seine komplette Autorität verloren, weil dieser Vorschlag so absurd ist. Und alles, was er jetzt noch sagt, ist eigentlich eher potenziell eine Steilvorlage für Hohn und Sport. Und wenn er dann aus der Position heraus, also aus dieser schwachen Position, die er sich da verschaffen hat, Parteinahme in einem Wahlkampf gegen eine Partei ergreift, dann wird es letztendlich genau dieser Partei nützen. Wie so oft. Das ist ein kommunikativer Boomerang. Wer was gegen die AfD unternehmen will im politischen Establishment, sollte jetzt erstmal gucken, dass der Herr Kopelk ruhig ist? Hendrik Sodenkamp. Also ich habe da den Eindruck, dass hier die bisherigen Parteien, die eben an der Macht sind, einfach sicher gehen wollen, dass die Leute, die sie da auch in den Behörden drin haben, dass die einfach weiterhin auch in führenden Positionen bleiben. Und auch, wenn es dazu kommen sollte, dass es einfach eine demokratische neue Regierung gibt, dass diese Behörden einfach weitermachen wie bisher. Also der berühmte Deep State, wie das ja auch in den USA dann Thema gewesen ist, dass die Behörden einfach ein Eigenleben führen, die dann gar nicht mehr irgendwie durch Wahlen kontrolliert oder bestimmt werden können. So was scheint mir vorbereitet zu werden. Mir kommt vor, die Frage ist, wenn man so etwas hört, was haben die zu verbergen? Also wenn sie solche Angst haben, wir kennen nämlich dieses Thema auch hier in Österreich, das ist ja offensichtlich bald ein Wechsel. Die Stimmenverhältnisse haben sich sehr verschoben Richtung der freiheitlichen Partei. und da fürchtet man auch sehr einen Wechsel. Die dürfen ja nicht in die Regierung kommen oder gar an die Regierung, denn dann wäre die Katastrophe los. Und auch da fragt man sich, so wie auch in diesem Fall in Deutschland, was haben die alles zu verbergen? Was haben die alles noch angestellt, was nicht an die Öffentlichkeit kam oder kommen darf, dass die solche Panik haben, dass es einen Machtwechsel gibt? Weil das ist eigentlich das Normalste in der Demokratie, dass sich irgendwann einmal die Kräfteverhältnisse ändern. Also das ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle und darum hoffe ich sehr, dass es zum Machtwechsel kommt, weil allein schon aus diesem Grund, weil ich mich interessieren würde, was haben die alles im Dunkeln noch angerichtet? Also Gudula Walterskirchen möchte mal unter die Decke schauen. Genau. Und natürlich, es wird ein Drohszenario aufgebaut. Das war das, was ich vorhin meinte mit der Frage, was wird vorbereitet? Es gibt ja unter anderem Spekulationen, dass also zum Beispiel die Geheimdienste in Sachsen und Thüringen, die werden dann abgeschnitten vom Informationsfluss der übrigen Länder. Das sind natürlich dann schon herbe Sachen und es geht sogar noch ein bisschen weiter, dass man sagt, ja, also wenn die da nicht parieren, dann gibt es auch noch das Mittel des Bundeszwanges, das steht im deutschen Grundgesetz. Das ist so noch nie zur Anwendung gekommen, aber man könnte also quasi die Landespolizeien einfach der Bundespolizei unterstellen und dann hat die Regierung, ob sie jetzt gerade gewählt wurde oder nicht, spielt keine Rolle mehr, hat dann einfach keine Macht mehr. Das ist ein etwas apokalyptischer, dystopischer Vorstellungsraum, würde ich sagen, aber ich weiß, dass bereits innerhalb der Bundespolizei solche Szenarien durchgespielt werden, ohne dass wir jetzt hier zu viel Doom-Saying betreiben wollen. Aber Oliver, sind das Dinge, mit denen man sich schon beschäftigen sollte? Ja, natürlich sollte man das, also das ist ja eine Verschwörungserzählung. Was du jetzt gerade hier auch entwirfst, ist die Verschwörung des politischen Establishments gegen die Opposition. Dass diese stattfindet, das merkt man ja auch an der Brandmauer und der Art und Weise, wie die durchgeführt wird und auch wirksam durchgeführt wird. Ich merke immer wieder, wie diese Brandmauer in den Köpfen und diese Verschwörung der Guten, also in diesem manichäischen Weltbild, die Guten gegen die Bösen, also die Verschwörung der Guten gegen die Bösen, wie das nachgeahmt wird und wie das bei ganz normalen, vernünftigen Menschen eigentlich, wie die das lernen und nachplappern und nachmachen und dann eben genauso Stellung beziehen und diesen Diskussionsbereich zwischen den einen und den anderen damit ausschalten. Also das, was eigentlich eine pluralistische und demokratische Gesellschaft ausmacht, dass man miteinander redet, um über verschiedene Meinungen und verschiedene Standpunkte und Positionen zu überbrücken und Kompromisse zu finden und so weiter. Das wird ja unterbunden. Und da die das jetzt schon eine ganze Weile betreiben und dabei auch über die Grund- und Freiheitsrechte permanent hinweggehen, hat sich natürlich einiges angesammelt. Also nach der Corona-Zeit, wo diese Verschwörung gehalten hat, nach diesen ganzen Kampagnen gegen die AfD seit Jahren, wo die alle miteinander zusammenhalten, da sammelt sich vieles an, was nicht an die Öffentlichkeit soll. Ich kann mir also schon sehr gut vorstellen, dass die Angst haben, die Macht zu verlieren vor dem, was danach kommt. Darüber hinaus ist es aber auch einfach ganz banal. Die wollen einfach ihre Bründe behalten. Die wollen ihre Pöstchen und Pensionchen behalten und die wollen ihr bequemes Leben, ein leistungsloses Einkommen behalten. Die suchen Strategien und Taktiken, um einfach am Drücker zu bleiben, ganz aus persönlichen Beweggründen. Und ich sehe also beide Ebenen. Ich sehe diese Verschwörungsebene, einer Kaste, die sich miteinander verschworen hat und ich sehe auf der anderen Seite dieser ganz persönliche Vorteil, den man nicht verlieren möchte und deswegen versucht, auf seinem Zugrück zu bleiben. Wobei das Lustige jetzt ist, die versuchen am Drücker zu bleiben und gleichzeitig dem Volk weiß zu machen, dass sie nie am Drücker waren. Deswegen warnen sie vor denen, die jetzt vielleicht an den Drücker kommen könnten. Ja, das ist lustig. Dieser merkwürdige Effekt, Opposition zu betreiben, obwohl man gar nicht in der Opposition ist, das beherrscht ja die FDP zum Beispiel wunderbar, die jetzt so tut, als wäre sie gar nicht in der Ampel und dann die Ampel kritisiert und Rücktritte vom Koalitionspartner fordert. Das ist ja ein Wahnsinn und trotzdem in der Koalition bleibt. Das ist also alles einfach auch ein Spiel, das gespielt wird für die Öffentlichkeit. Die CDU macht es genauso. Ja, genau. Also lass uns über die CDU reden, weil über die FDP brauchen wir gar nicht mehr reden. Das spielt gar keine Rolle mehr. Ja, die wissen ja, dass sie als nächstes drankommen werden. Also es ist ja so eine inszenierte Opposition, die da ist und es ist eine echte Opposition, die da ist. Und die echte Position ist nicht vertreten in den Parlamenten. Jedenfalls ist sie dort, wenn sie dort vertreten, ist ausgegrenzt und sie ist auch vor allem nicht vertreten in den Regierungen. Das heißt, wir haben jetzt seit mindestens zwei Jahrzehnten hat die Opposition nirgendwo mehr eine Stimme und wird nicht mehr vertreten. Und die CDU ist als Hauptverursacher vieler Probleme jetzt in der Opposition, in der formalen Opposition und schimpft gegen Dinge, die sie selbst verursacht hat. Das sieht man jetzt zum Beispiel am Thorsten Frei, der zum Beispiel kritisiert, dass Leute mit Fluchtstatus, also Migranten mit Fluchtstatus, einfach in ihre Heimatländer reisen und dort Urlaub machen und dann wieder zurückkommen und dann fröhlich wieder hier Flüchtling sind. Das kritisiert der Herr Frei, aber genau das hat seine Regierung und auch während er mit dabei war, die CDU so überhaupt erst möglich gemacht und auch praktiziert. Also dieser ominöse blaue Ausweis wurde damals unter seiner Ägide genauso ausgegeben. Klar. Also diese CDU-Mogelpackung, mit der wir uns da rumschlagen müssen, die gibt es in Österreich auch, die heißt dann ÖVP. Und die Lage ist im Grunde dieselbe. Ja, das gibt sehr viele Parallelen mit dem Unterschied, dass die ÖVP auch in den letzten Jahren in der Regierung war und gefühlt schon immer mit an der Regierung war. Also die können sich eigentlich nicht rausreden, die hatten den Innenminister in der ganzen Zeit, auch wie diese Migrationswelle war 2015, also die waren da immer mit dabei. Und interessant ist, dass die jetzt in den letzten Wochen, also ganz knapp vor der Nationalratswahl, das ist sicher ein Zufall, eine totale Kehrtwende hingelegt haben angesichts nach unten rasselnder Umfragewerten, sind sie glaube ich mittlerweile schon auf Platz 3, habe ich gelesen, weil also das mit der Ausländerproblematik, das geht so nicht und schon gar nicht jetzt das mit den Flüchtlingen und dass jetzt alle kriminell sind quasi, also sie übertreiben jetzt in die andere Richtung und fahren jetzt einen ganz scharfen Kurs. Also jetzt wird niemand mehr reingelassen und jetzt greifen sie ganz hart durch und jetzt schicken sie alle wieder nach Hause. Das hat sich darin gezeigt, dass sich ungefähr 200 Leute aus Rumänien, es handelte sich um eine Sippe von Roma und Sinti, wieder nach Hause geschickt haben, also das wird jetzt die Lage völlig verändern. Aber das glaubt denen doch niemand mehr, oder? Da bin ich mir nicht ganz sicher mittlerweile. Aber es ist natürlich sehr durchsichtig, dass sie einfach der FPÖ das Wasser bei ihrem zentralen Thema abgraben wollen und sie haben schon recht, wenn man sich die Umfragen anschaut, der Erfolg dieser Kehrtwende ist enden wollend und wenn ich wirklich dieser Meinung bin, was ja sehr nachvollziehbar ist, angesichts der Verhältnisse, die wir jetzt haben, dann gehe ich zum Schmied, wie man bei uns sagt, und nicht zum Schmiedl, also zu dem, der es immer schon praktiziert hat, wie eben die FPÖ und das kommt einfach zu spät und ich hoffe, dass es niemand glaubt, weil das würde mich dann wirklich an meine Landsleuten zweifeln lassen. Aber allein, dass sie davon ausgehen, dass sie mit dieser Masche durchkommen, ja, so wie auch jetzt mit der CDU, dass sie glauben, sie können Opposition sein und sich jetzt ihrer früheren Verantwortung entledigen, das zeigt eigentlich schon, wie sie die Bürger einschätzen, ja, also veroffensichtlich extrem dumm, dass sie nicht in der Lage sind, solche Manöver zu durchschauen, dass sie wirklich extrem billig sind. Herr Sodenkamp, mich würde mal interessieren, wo steht denn der demokratische Widerstand politisch? Und zwar jetzt in diesem ganz klassischen Sinne, wir haben jetzt Wahlen, wird es eine Brandmauer geben, wird sie nicht geben, wird die AfD die absehbare Stimmenzahl erreichen oder werden die Leute dieses CDU-Geschwätz weiter glauben und wie verhalten sie sich da? Sie sind ja, wie viele andere alternativen Medien, aus einer ganz anderen Ecke gekommen. Also unter Corona war uns das ja zunächst mal alles egal, wir wollten wissenschaftliche Aufklärung, wir wollten gegen die ungerechtfertigten staatlichen Maßnahmen angehen und die wurden, wie man dann gemerkt hat, von jeder Regierung in jedem Land, egal ob links, ob rechts, ob oben, unten, Mitte gleich durchgezogen, sodass man die Vermutung haben musste, dass es da auch zentrale Stellen gibt, die das koordiniert haben. Aber jetzt, von heute aus, müssen wir uns ja auch mal mit der Tatsache auseinandersetzen, dass möglicherweise jetzt in zwei Bundesländern und dann aber auch auf Bundesebene im nächsten Jahr politische Entscheidungen anstehen. Ja, also ich komme eigentlich, also wie mein Kollege Anselm Lenz auch, eigentlich aus der Linken und dann kam dann das Corona-Schirm volle Kanne rein und die Linke in Deutschland und weltweit ist vollkommen weggeklappt und ist zur Stimme der Angst geworden, als die Angst herrschte. Also eine Radikalisierung dieser Regierungsmaßnahme, das war die Forderung, die aus der Linken gekommen ist. Vollkommen wahnwitzig und jetzt stehe ich so ein bisschen da, also als politisch Heimatloser. Ich freue mich sehr über die AfD, die die Kritik dann aufgenommen hat an den Corona-Maßnahmen und eine Repräsentation dann auch in den Parlamenten gemacht hat, aber steht man so ein bisschen einsam da und ich fühle mich eigentlich Sarah Wagenknecht sehr verbunden, aber das ist so dünne und so, also was an Kritik da jetzt an den Corona-Maßnahmen, den Impfungen, die Folgen, die Nebenwirkungen, das ist sehr fatal, das ist so dünn, so leise, dass ich da einfach nicht vollen Herzens sagen kann, das ist jetzt das Richtige, vor allem, weil jetzt da ja wirklich im Gespräch ist, dass die BSW mit der CDU koalieren wird. Das muss man sagen, also jetzt ist ja viel, die Ampel muss weg und das ist das Problem und die Grünen, aber das Corona-Regime ist ja vor allem ein CDU-Projekt gewesen, also ich erinnere da an Markus Söder, der da der Oberhäuptling des Team Vorsichts war und ein Jens Spahn, der diese ganzen Masken-Deals gemacht hatte. Ursula von der Leyen von der CDU hat für jeden EU-Bürger Quadrillionen an Impfdosen bestellt. Das ist ein CDU-Projekt gewesen und das ist, meine ich, Gott, oh Gott, BSW und CDU, also dann braucht es diese Partei wirklich überhaupt gar nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt sehr, dass da Leute in dieser Partei eine Biege machen und dass es da zu einer Koalition mit der AfD kommt, auch auf Länderebene. Das wäre dann meine Hoffnung, das wäre dann auch interessant und da glaube ich auch, dass es dann an wirklich wichtiger Aufarbeitung, die es jetzt unter diesen ganzen Corona-Verbrechen gibt, dass es dazu was kommt. Und die Verbrechen fingen ja immer noch statt, also die Leute sind ja immer noch vor Gericht. Jetzt Soldaten werden jetzt immer noch ins Gefängnis gesteckt, weil sie sich gegen die Impfung verweigerten und das wird als Koharsamsverweigerung gemacht. Strafen müssen gezahlt werden und die Menschen müssen ins Gefängnis. Das läuft ja immer noch weiter. Nur leider, leider wird BSW da nicht viel helfen, denn dieses Bündnis baut fleißig an der Brandmauer. Also ihre Hoffnungen sehe ich da noch nicht so erfüllt. Diese CDU, wir haben ja gerade ein paar Beispiele gehört, die immer so tut, als ob sie nicht dabei gewesen sei. Jetzt sind ja gerade diese Kühltürme des Kernkraftwerks Grafen Reinfeld gesprengt worden und viele haben sicher diese Bilder gesehen. Es ist ja immer sehr grafisch, wenn diese Kühltürme zusammenstürzen und überzeugte Grüne haben da also auch mit träumerischem Blick dann gesagt, ach, ist das schön, dass jetzt also endlich die Desindustrialisierung da fortschreitet. Es gibt also immer noch Leute, die glauben, dass das gut sei, aber es ist ja nun die CDU gewesen, die den Stopp ausgerufen hat und die diesen Schwenk gemacht hat zur Desindustrialisierung, indem die Atomkraft abgeschaltet werden sollte. Das war ja kein grünes Projekt. Also die Atomkraftgegnerschaft ist zwar ein grünes Projekt, aber bitte, es war die CDU, es war Angela Merkel, die das dann durchgesetzt hat. Genau, so ist es. Und nochmal zu dem Punkt, der gerade auch vom Herrn Sodenkapp angesprochen worden ist, dieses Bündnis Sarah Wagenknecht, dass die liebend gern bei der Brandmauer gerade mitmachen und mitstricken, das ist ja recht offensichtlich und leicht zu verstehen. Aus taktischen Gründen kann sie ja nur davon profitieren. Also die Brandmauer ist ja genau der Punkt, der die BSW aus dem Stand zu einer Regierungsbeteiligung bringen kann, jetzt bei den Landtagswahlen. Also es ist ein offensichtlicher Vorteil für BSW. Und der andere Punkt, der angesprochen wurde von Herrn Sodenkamp mit der politischen Heimatlosigkeit, ich kann das so gut verstehen, wenn ich auf das Publikum und auch auf die Autoren beim Sandwirt schaue, das sind lauter politisch Heimatlose und zum Beispiel, das sind alte SPDler mit dabei, das sind Altlinke mit dabei, das sind Leute, die früher Fans der FDP waren und weil sie liberal sind, dort nicht mehr sein wollen. Dort sind Leute aus dem konservativen Lager, Werteunionfreunde, da sind sicherlich auch AfD-Freunde mit dabei, aber auch immer noch Unioner. Also in dieser freiheitlichen Ecke sammeln sich Leute, die aus allen nicht-extremistischen Teilen des politischen Spektrums kommen und eigentlich diese Heimatlosigkeit verspüren und sich eigentlich wünschen, es gäbe eine Kraft, die Erfolg hat, wo man aufspringen könnte, wo man mitmachen könnte und die die Chance hat, vielleicht mit einer Koalition mit der AfD, vielleicht aber auch in anderen Konstellationen, auf jeden Fall diese Brandmauer aufzureißen und Koalitionsmöglichkeiten zu erweitern für die Zukunft. Und momentan ist das aber nicht in Sicht. Wo wir gerade von Kühltürmen und Sprengungen sprechen, fällt mir natürlich auch diese Nord Stream-Geschichte wieder ein. Da gab es ja in dieser Woche, also ich muss sagen, drollige Neuigkeiten. Ich kann das alles nur noch satirisch begreifen, weil dieser Taucher, der da auf dem Segelboot irgendwie urlaubsmäßig mit Sprengstoff in ganz vielen Kilogramm mehrere Tage, ich glaube sieben Leute waren es dann, die da so ein Segeltörn gemacht haben sollen. Das diente ja jetzt ganz klar dazu, das den Ukrainern in die Schuhe zu schieben. Selenskyj hat es nicht gewusst. Ja doch, er hat es doch gewusst, kommt dann raus. Also im Tagesrhythmus gab es immer neue und immer lustigere und durchsichtigere Meldungen zu dem Thema. Oder ist das von mir jetzt fahrlässig und oberflächlich betrachtet? Weil ich muss sagen, für mich ist der Fall von Anfang an dermaßen klar, dass ich nur lachen kann für wie blöd die einen halten, dass man all diese Storys glauben soll. Wie geht euch das? Also was ich sehr spannend finde ist bei der ganzen Geschichte, ich finde das auch sehr unterhaltsam, das ist ein Script, das man sich ja kaum ausdenken kann. Also jeder Filmregisseur müsste ja neidisch werden bei dieser ganzen Dramatik oder vielleicht hat es sich auch einer ausgedacht. Hollywood und die Realität verschwimmen ja zunehmend. Aber was ich besonders spannend finde, ist, dass es jetzt beginnt, dass Silenzke langsam vom heiligen Status in das Reich des Bösen rüberwandert. Also es wird etwas vorbereitet. Das kommt mir fast zuvor, als ob man hier einen Absprung vorbereitet, dass man vielleicht diese Ukraine-Geschichte langsam auch umdeutet, wie wir es ja jetzt bei anderen Themen schon gesehen haben. Das kann dann mit Unterricht rasch gehen. Die Kassen sind ja leer, ja nicht nur in Deutschland und in den USA, sondern in allen Ländern. Das heißt, die Unterstützung wird immer schwieriger. Und jetzt bereitet man irgendwie so wieder den Ausstieg vor. Und das ist natürlich das ideale Vehikel, weil dass die ausgerechnet jetzt, nach so langer Zeit, wo man ja angeblich überhaupt keine neuen Erkenntnisse hat finden können, ausgerechnet jetzt was Neues aufkommt und das via USA gespielt wird, ist schon recht auffällig. Ist der Angriff auf Kursk in dem Zusammenhang ein Ausläufer des amerikanischen Wahlkampfs? Frage ich mal Henrik Sodenkamp. Es hat für mich etwas wie eine Verzweiflungstat, also sowas wie die letzte Winteroffensive der Wehrmacht Ende 1944. Man weiß, die Sache ist verloren, jetzt macht man noch eine Großoffensive nach vorne. Es hat eine Verzweiflungstat, diese Offensive, die die Ukrainer da machen. Also die ist ja weitgehend gestoppt, wird keine große Kriegsveränderung führen. Währenddessen rücken die russischen Truppen in der Ukraine einfach weiter vor und das Land wird in Schutt und Asche gelegt. Also mit dem amerikanischen Wahlkampf könnte es insofern zusammenhängen, dass wenn es noch geschafft wird, da jetzt eine Friedensverhandlung hinzukriegen vor dem Wahlkampf, wäre das tatsächlich sehr gut für die Demokraten und haben sie wenigstens diese Sache dann noch zu Ende gebracht. Jetzt oder nie. Genau, jetzt oder nie, aber ich habe leider die Befürchtung, dass dieser Stellungskrieg, dass das einfach noch weiter nach vorne geht. Da hat man jetzt wirklich Milliardensummen und Waffen in dieses Land reingebracht, auch mit freiwilligen Verbänden und an Truppen, die zum Teil einfach nicht aufgeben wollen. Die sind jetzt da bewaffnet und dieser Krieg wird in irgendeiner Form weitergehen. Und wenn es da zu einem Friedensschluss kommt, dann hat Zelenskin ja auch die Schwierigkeit, dann hat er diese bewaffneten Nazi-Verbände dann in seinem eigenen Land, die in einem Friedensschluss einfach nicht mitmachen werden. Das wird da einfach immer weitergehen. Failed State, das wurde mal wieder geschafft. Ich muss ja sagen, ich bin ein Fan von Verschwörungstheorien. Mittlerweile seit vier Jahren bin ich das geworden. Früher hätte ich viel mehr auf harten Fakten bestanden, aber das hat sich geändert und sicherlich für viele. Jetzt war ja diese Meldung, dass das Trinkwasser bei verschiedenen Bundeswehr-Kasernen in Köln, in der Umgebung von Köln, erst am Flughafen, wo die Luftwaffe da stationiert ist und jetzt auch noch an zwei anderen Stellen Trinkwasser, Gift, mysteriöse Sachen und wenn ich Gift höre, denke ich natürlich immer sofort die Russen. Das hat auch wirklich nur zwölf Stunden gebraucht, bis dann tatsächlich in der Bild-Zeitung und in anderen Stellen dann auch das Wort Russisch irgendwann mal genannt wurde und dann dachte ich mir, aha, also das ist auch so geplant gewesen, dass wir noch ein bisschen mehr wütend sind auf die bösen Russen, die jetzt unser Trinkwasser vergiften. Denke ich da falsch oder ist das jemandem von euch auch so gegangen? Also ich denke, du denkst da genau richtig. Also ich glaube mittlerweile wirklich gar kein Wort mehr, was irgendwo über irgendwas erzählt wird. Mit der Pipeline jetzt diese neueste Spin, das ist so lustig eigentlich. Aber was ich mir da immer vorstelle, ist irgendwo in Washington oder so, da muss es ja irgend so einen Keller geben, wo die sich treffen, die diese Spins immer dann sich ausdenken und die müssen sich doch selber kaputt lachen, wenn dann der Übeltäter, der die Pipelines gesprengt haben soll, dann auch noch als Volodymyres Z benannt wird, damit es ja so ähnlich klingt wie der Name von Zelensky, um dem dann damit irgendwie eins reinzuwirken oder den an seinem Nimbus zu kratzen. Also die denken sich das aus und entweder sind die manchmal betrunken oder die lachen sich kaputt dabei, welchen Bären sie uns wieder aufbinden können. Genau, oder es ist Strategie, weil um jemanden wirklich zu demütigen, muss man ihm ja richtigen Blödsinn servieren und jemand, der das dann glaubt, der verliert ja die Achtung vor sich selbst. Ja, die haben sicherlich einen Heidenspaß da dran, weil sie auch merken, wie mächtig sie damit sind, weil die Sachen funktionieren ja auch tatsächlich. Wenn man sieht, wie jetzt zum Beispiel die deutschen Zeitungen das alles nachplappern, diese Räuberpistole, diese neue und wie das in den Medien gespielt wird und wie dann Leute wie wir dann das kommentieren und wie das so in die Welt kommt und überall einsickert und dann dadurch seine Wirkung erzielt, das muss man sagen, es funktioniert ja und ich bin da mittlerweile genauso verschwörungstheoretisch drauf. Ich weiß nicht genau wie und wer, aber ich kann mir vieles mittlerweile nicht mehr anders erklären als dadurch, dass die Öffentlichkeit bespielt wird wie ein Klavier, wie mit einer Klaviatur. Immer wieder werden bestimmte Tasten gedrückt, die dann einen bestimmten Ton hervorrufen, der eine bestimmte Wirkung hat und das wird wirklich ganz gezielt gespielt. So, und jetzt müssen wir natürlich nach allem, was Oliver Gorus da gesagt hat, zu den Affenpocken kommen, denn selten wurden wir so schön melodiös auf diesem Öffentlichkeitsklavier wieder bespielt von der Weltgesundheitsorganisation, von dem Deutschen Karl Lauterbach und von anderen. Ja, ihr lacht. Es heißt ja auch M-Pox, damit nicht alle sofort lachen. Ja, genau, die Money-Pox, wie man sie schon gesagt haben. Also, ich bin so unmusikalisch, ich mache da nicht mit bei diesem Spiel. Ich schaue nur zu. Hendrik Sodenkamp, wir bewegen uns sozusagen in einer Schleife zurück zu den Anfängen. Corona hat ja unsere publizistische, wie soll ich sagen, Karriere, der Neustart, die Umbiegung von allem begonnen und wir wissen ja, dass das Nächste in Vorbereitung ist. Also, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie, sondern das steht ja schwarz auf weiß. Also, deswegen wurden ja auch diese Verträge und Gesundheitsvorschriften und so weiter schön angepasst und dann hatte man vor zwei Jahren schon mal das Gefühl, aha, jetzt versuchen sie es, aber es hat nicht geklappt. Wird es diesmal klappen? Ich glaube, ehrlich gesagt, immer noch nicht, weil das kann einfach niemand ertragen. Das ist ja mit den RKI-Dokumenten jetzt auch dem Letzten dann klar, dass die Kritiker der Regierungs- und Konzernmaßnahmen einfach durchgängig recht hatten und wenn sie jetzt mit den Affenpocken kommen, dann werden sich auch noch viel mehr Menschen dafür interessieren und wenn sie nochmal Maßnahmen machen, dann sind die Leute einfach wie im Winter 2021, 2022, einfach auch wieder vollkommen auf der Straße. Also erfahrungsgemäß können unsere Regierenden eines sehr gut, nämlich abwägen, was ist gerade eben noch so zumutbar und jetzt den neuen Notstand ausrufen mit den Affenpocken und diese neue Impfe, den Leuten reinjagen, das kriegen sie einfach nicht durch, ohne dass sie hier wirklich Aufstände bekommen werden. Deswegen glaube ich nicht, dass das kommt. Ich glaube gar nicht so sehr, dass die Leute auf die Straße gehen, sondern sie machen einfach nicht mehr mit, es interessiert sie schlicht nicht mehr, sie haben ganz andere Sorgen und ich denke mal, solche Sachen funktionieren schon, aber sie funktionieren auch nicht nur einmal, aber so knapp hintereinander war es vielleicht keine gute Idee. Man hätte vielleicht zumindest ein paar Jahre verstreichen lassen sollen, so wie Schweinegrippe und Vogelgrippe und dann es noch einmal versuchen, aber jetzt kam sie vielleicht auch aus Gier oder weil es das erste Mal so toll funktioniert hat, das ist das vorige Mal, haben sie jetzt glaube ich ein bisschen das überzogen und wie gesagt, Affenpocken ist einfach zu lächerlich. Aber das ganze spieltheoretisch betrachtet ist ja ein Geschäft mit wahnsinnig hohen Gewinnmöglichkeiten und sehr, sehr geringem Risiko dabei erwischt zu werden oder bestraft zu werden. Deshalb ist der Anreiz, das immer wieder zu versuchen und ich glaube auch, dass es nicht funktioniert mit den Affenpocken, aber das immer wieder zu versuchen, da haben die doch gar kein Risiko dabei, das können die doch einfach immer mal wieder machen. Das ist wie Angeln, ne? Ja. Also immer wieder reinwerfen und irgendwann klappt's. Muss ja nicht gleich beim ersten Mal sein. Genau. Und es sind nicht nur die Regierenden, sondern es sind auch die Journalistenden, die ja ganz wesentlich beteiligt waren an der Sache und bis zum heutigen Tag, bitteschön, ich erinnere an den Kollegen vom Spiegel, Markus Feldenkirchen, der den Ungeimpften jetzt vorwirft, sie könnten nicht loslassen. Hendrik Sodenkamp, warum lassen sie nicht los? Na, weil das, was sie mit uns gemacht haben, einfach ein gigantisches Verbrechen ist. Also sie haben uns angelogen, sie haben Kinder mit diesen Masken gequält, Leute alleine in den Heimen sterben lassen. Sie haben Leute mit dieser Impfung tatsächlich für ihr Leben gezeichnet oder einfach direkt umgebracht. Das werde ich nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen, dass wir, die wir auf der Straße waren, einfach zusammengeprügelt wurden. Ich habe Demonstrationen gemacht, zum Beispiel zur Bundesnotbremse. Da ist eine Frau gestorben in einem Polizeigewahrsam, bis heute nicht aufgeklärt. Mehrere Leute bei den Versammlungen in Polizeigewalt umgekommen. So viele Leute wurden niedergeprügelt. Die Ordnungswidrigkeiten, die gemacht wurden, wo Polizisten gegen eine Person losgegangen sind. Diese ältere Dame von 70 Jahren wollte hier zehn Leute verprügeln, die brauchen jetzt hier die Strafe. Solche Sachen finden statt. Die Menschen sind, also wir haben immer noch politische Gefangene in der Bundesrepublik. Und die Leute, die das durchgezogen haben, die hier wirklich ein gigantisches Verbrechen abgezogen haben und immer noch abziehen, sind immer noch in Amt und Würden. Und die Leute, die sich dagegen kritisch geäußert haben, hier bürgerliche Freiheiten, die bürgerliche Gesellschaft, die Wissenschaft oder die Republik hochgehalten haben, wurden zu den absolut Aussätzigen erklärt, zu antisemitischen, verschwörungsvollen Idioten, die aber währenddessen noch total perfide sind und nach der Macht greifen. Also das kann man einfach nicht vergessen, was die mit uns gemacht haben und was sie immer noch machen. So, und die Menschen in Sachsen, in Thüringen und hernach in Österreich haben die Möglichkeit, diese Leute aus Amt und Würden zu vertreiben. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Möglichkeit und bitte nutzen Sie sie. Das war die Sonntagsrunde am 18. August 2024 mit Oliver Goros, Hendrik Sodenkamp und Gudula Walterskirchen. Schönen Dank für die muntere Diskussion. Ich will auch noch mal auf den Bürgergipfel am 7. September in der Stuttgarter Liederhalle hinweisen. Dieser Kongress für mehr Vernunft, mehr Verantwortung und mehr Freiheit geht den ganzen Tag von 10 bis 19 Uhr und Karten gibt es unter bürgergipfel.de bürgergipfel natürlich mit U-E geschrieben. buergergipfel.de Und dann, liebe Hörer, möchte ich noch was in eigener Sache sagen und zwar der Kontrafunk ist ein Radiosender. Jetzt werden Sie sich fragen, warum sagt er das? Das bedeutet, wir machen ein rund um die Uhr laufendes Programm. 24 Stunden am Tag. Sie können zwar auch einzelne Sendungen als Podcast runterladen und Sie sich dann zu Gemüte führen, wenn es Ihnen passt. Das ist völlig okay und wir bieten das ja auch extra an. Aber bitte beschweren Sie sich nicht, wenn dann da Werbespots davor und dahinter und manchmal auch mittendrin sind. Denn mit diesen Werbespots finanzieren wir den Sonderservice, den wir Ihnen in Form von Podcasts bieten. In unserem laufenden Programm gibt es diese Werbespots nicht und ich kann Ihnen nur empfehlen, unser laufendes Programm zu hören. Am besten mit einem dieser kleinen Empfangsgeräte, die wir in unserem Shop anbieten. Diese Geräte empfangen sowohl den Livestream per Internet als auch die DAB-Plus-Sender, über die wir jetzt in der Ostschweiz zu hören sind und ich sage das auch deswegen, weil der Kontrafunk in Zukunft mehr live senden wird. Und live dabei zu sein, ist eben etwas anderes, als irgendeinen Podcast später abzuspielen. Das ist die eigentliche Bestimmung und die Zukunft des Radios, die Jetzigkeit. Ich werde Ihnen in der nächsten Zeit noch mehr darüber erzählen und auch über die große Herbstreform unseres Programms. Für heute verabschiede ich mich und wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag. Ihr Burkhard Müller-Ulrich und wünsche Ihnen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020